Heute ist unser freier Tag, weshalb wir getrennt voneinander ein bisschen an unserem Haus werkeln, hier klar Schiff machen, uns ein bisschen vorbereiten für den bevorstehenden Tiny House Umzug auf unseren Übergangstellplatz und nehmen euch heute einfach so ein bisschen mit durch unseren Tag und werden euch sukzessive immer mal erzählen, woran wir gerade arbeiten, wie unsere Fortschritte sind und was als nächstes ansteht. Und Liebling, bist du zufrieden mit uns? Ja, na guck mal, ist doch klasse. Ist doch wirklich gut. Wir kommen auf jeden Fall, ich würde sagen 15 Meter. Insgesamt 15 Meter Einfahrt können wir uns bauen. Wir sind übrigens Ilan, der bereits schon in unserem Minizimmer fleißig ist und Anja, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. In der vergangenen Woche haben wir euch in unserem Q&A schon Fragen beantwortet, die ihr uns gestellt habt. Und heute geht es so ein bisschen um unseren Tag, um unseren freien Tag, den wir gerne dazu nutzen, hier aufzuräumen, zu putzen, uns aber auch dem Innenausbau weiter zu widmen. Denn dazu kommen wir im Moment unter der Woche eher sehr wenig. Und ja, im Moment steht ja unser Kleiderschrankbau an. Wir haben in der vergangenen Woche kurz darauf hingewiesen, dass es eben doch gerade jetzt, wenn wir auf den Winter blicken, Winterjacken gibt oder einfach platzeinnehmende Kleidungsstücke gibt, die sich nicht so gut einrollen und in unserer Kleiderkommode verstauen lassen. Und deshalb ist das heute so ein bisschen Ilans Projekt. So, ich baue jetzt unseren Schrank. Wir haben die Hölzer hier besorgt. Wir haben drei dieser Balken. Die sind, ich glaube, 36 oder 38 mal 32 aus Polonia Holz. Damit bauen wir ja überwiegend, weil es so unglaublich leicht ist. Und wir möchten dann hier, oder ich möchte heute eine Art Rahmenkonstruktion bauen, weil wir natürlich gemerkt haben, hier ist der Haufen, dass die Kommode hinter mir einfach nicht ausreicht. Und daher dann auch die Idee kam, auf jeden Fall einen weiteren Kleiderschrank zu bauen. Zumindest eine Möglichkeit. Und da haben wir jetzt auch einen Kleiderhaken, der sich dann einklappen lässt. Den haben wir jetzt bestellt. Das war die Fehlbestellung. Also, das kann ich auch nochmal kurz zeigen. Es entwickelt sich halt alles. Man bestellt was und man hat dann die eine oder andere Idee. Dann verwirft man sie wieder, dann greift man was Neues auf. Und ja, so entwickelt sich das. Die Überlegung war folgende. Wir wollten mit diesen Kleiderhaken, nenne ich sie jetzt mal, diese klappbaren Kleiderhaken, wollten wir einfach, ja, sobald der Schrank eben geschlossen ist, dass die Jacken oder die Winterjacken und Mäntel, dass wir die platzsparend eben verstauen können. Und daher auch klappbar. Jetzt ist uns aber aufgefallen, wenn wir jetzt hier was ranhängen, wie beispielsweise so ein Hemd. Und das ist das, was ich meine mit, es entwickelt sich. Ja, ragen wir hier quasi schon mit dem halben Bügel in einen Bereich hinein, den wir gar nicht mehr zur Verfügung haben, wenn ich das hier als Schrank dann bald schließen werde. Das heißt, das funktioniert nicht. Und die Idee ist jetzt folgende, dass wir das wieder zurückschicken müssen leider, weil es nicht passt. Und dann müssen wir was bestellen, was hier aus der Mitte rauskommt. Hier läuft auch noch ein Balken. Hier ist der. Und dann haben wir etwas, was auch klappbar ist, aber eben nach vorne oder nach unten hin. Das fanden wir ganz gut. Zumindest stören sie dann auch nicht mehr, wenn wir die Tür schließen wollen. Aber das Projekt wird sich jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, so wie viele andere Projekte hier im Haus entwickeln. Ich fange also jetzt erstmal mit der Grundkonstruktion an und das heißt, dass ich einen Rahmen baue, so dass wir die Möglichkeit haben, hier eben die Wand zu schließen, den Schrank zu schließen und dann auch im Anschluss eine Tür anzubauen, damit es auch wirklich aus unseren Augen ist. Mal gucken, wie weit ich heute komme. Ich finde, das sieht schon ganz gut aus bei Ilan. Deshalb werde ich jetzt hier in der Küche erstmal aufräumen und dann schauen, wie viel Zeit wir heute noch haben und welchen Dingen ich mich außerdem noch widmen kann. Kurzer Zwischenfall. Gerade ist die Küche fertig geworden und ich habe gemerkt, als ich den Herd sauber gemacht habe, dass vermutlich irgendwie nicht mehr so viel Gas kommt an unserem Gasherd und wir haben ja so eine tolle Umschaltanlage für unsere Gasflaschen und haben aber nicht mitbekommen, dass die schon längst umgeschaltet hatte und wir freuten uns noch und sagten, super, unser Gasverbrauch ist so gering, das ist unglaublich. Naja, und jetzt sind beide Flaschen leer und wir haben Samstag und unser Gasanbieter hat natürlich schon längst geschlossen. Wir versuchen es jetzt mal ganz kurz noch beim Baumarkt und hoffen, dass wir da noch Gasflaschen kriegen. Problem gelöst, der Baumarkt hat noch Gasflaschen, das heißt, wir holen jetzt eine neue, die entspricht zwar nicht dem Pfandsystem, aber es ist total egal. Hauptsache, wir kommen in diesem Wochenende noch an Gas und müssen nicht morgen und übermorgen aufs Kochen verzichten. Das hatten wir tatsächlich noch nicht. Wie kommst du zurecht? Langsamer als gedacht. Ich habe jetzt die Zeit lang nicht mehr gewerkelt hier und es dauert alles. Es ist halt wirklich wie immer, hast du recht. Ja, und jetzt schneide ich halt noch die Papiersperrholzwand zu und dann sollte ich die halt mit den Balken verschrauben und dann machen wir uns das mal an. Hier werden gerade so rein. Jetzt wird mir bewusst, dass ich zum ersten Mal die Gasflasche anschließe, weil sonst machst du das immer. Ja. Das ist richtig. Aber es ist ja wichtig, dass ich das auch noch übe. Ich muss jetzt gleich mal unters Haus krabbeln, solange es noch von der Temperatur okay ist. Ha! Cool! Ja, und dann einmal drücken, ne? Ja, ist grün. Ist richtig zu? Ja. Gas läuft jetzt wieder. Ich habe noch nicht gesaugt und gewischt, aber bevor es jetzt zu kalt und vor allem gleich dunkel wird, rolle ich jetzt noch mal schnell unters Haus, um zu gucken, wie weit die Begleitheizung das letzte Mal verlegt wurde. Man sieht jetzt nicht so viel, aber weil es schon dunkel wird, ich klebe hier jetzt einfach mal die Begleitheizung dran und dann müssen wir das nochmal dämmen. Wie war dein Tag? Also mein Tag war dezent anstrengend, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich jetzt zum Schluss hier noch verschätzt habe, leider. Die Wand passt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber sonst bin ich schon mal ganz zufrieden, dass wir zumindest eine Rahmenkonstruktion jetzt haben. Hier oben habe ich das befestigt. Der Rahmen ist quasi so, dass das hier zumindest alles sauber abschließt. Also hier habe ich noch eine Pappelsperholzplatte zugeschnitten und die Aussparungen berücksichtigt für die Balken. Und hier ist mir dann folgender Fehler passiert. Ich wollte eigentlich, dass diese Platte von außen an diesen Balken verschraubt wird und von innen an diesen Balken. Jetzt habe ich natürlich nicht berücksichtigt, dass wenn ich hier bündig abschließe und die Breite von der Wand aus bis nach vorne berechne, dann habe ich leider nicht berücksichtigt, dass ich ja diesen Balken noch mitnehmen wollte, um überhaupt das Ganze zu verbinden. Und das hätte jetzt auch, weil die hier unten nämlich nicht befestigt ist, der Balken hier unten oder der Rahmen ist nicht befestigt, der wackelt also noch, weil das hätte es ausgesteift. Also diese Platte hätte quasi den Balken ausgesteift und ich hätte vielleicht auch mir eine Schraube ersparen können für den Boden, weil wir waren uns halt eben nicht sicher, ob das auch alles so bleibt, wie es ist und wollten unseren Boden nicht kaputt machen. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass wir dann jetzt diesen Balken hier oder diese Rahmenkonstruktion dann eben mit dem Boden verschrauben müssen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich dann kommende Woche nochmal zum Baumarkt und eine neue Pappelsperholzplatte holen. Aber ansonsten bin ich zufrieden, dass wir überhaupt ein Ergebnis erstmal haben für den heutigen Tag, unabhängig davon, dass wir das ja auch mit dem Grundstück heute geschafft haben. Wir hoffen, euch hat das Video heute gefallen. Wir haben euch ja einfach mal mitgenommen hier in unserem Tagesplan und ja, das ist im Grunde meiner Meinung nach ein sehr erfolgreicher Tag gewesen heute, weil wir zumindest ein paar Baustellen anpacken konnten und morgen geht es dann weiter mit dem Grundstück, dass wir dann wirklich die Steine auch auslegen, bis Anja dann abends arbeiten muss. Das heißt, wir hangeln uns sukzessive durch, sodass wir dann auch in den nächsten Wochen umziehen können und es wird noch ein bisschen Arbeit sein. Hinterlasst uns gerne einen Daumen, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, wie die Reise weitergeht, dann abonniert den Kanal und wir sehen uns in einer Woche. Tschüss!